Weiter geht's mit Let's Play Jack and Dexter, The Precursor Legacy, Part 30 von Mio 94. Im letzten Part sind wir hier in diesem Schneegebiet angekommen und... Ach, das wird noch richtig eklig, das kann ich euch schon sagen. Also einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass es eklig wird. So. Ähm... Okay, nein, die können wir doch nicht damit kaputt machen. Gut, dann... Äh, guck ich mal, was da in die Richtung ist. Das scheint nämlich der richtigere Weg zu sein. Ja, da sind nämlich auch noch ein paar... Oh, ach du Scheiße. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wofür das ist. So. Ja, mit Sicherheit. Hallo? Das kann doch nicht sein, dass du mir Schaden machst? Was soll denn das? Kann ich den nicht kaputt machen? Äh, in die Richtung. Wo? So. Na, ja, dann muss ich gucken, wie das geht, irgendwann. Hat er aufgehört? Er hat aufgehört. Okay. Mit Sicherheit. Oh. Oh. Ah, okay. Nerf ich, ne? So, okay. Können wir da jetzt dran? Uh, das wäre cool. Benutzt das. Ach, nee, dann nicht. Gut, ähm, über die Brücke? Ah ja, das sieht richtig aus. Also, mit richtig meine ich, dass der Weg ist, wo man dann nicht weiterkommt, im Endeffekt. Und hier kommt man weiter. Was ist das denn? Wieder das... okay. Hä? Ach so. Okay. Na, das geht ja noch, ne? Okay, das war's. Gut, egal. Neu. Das scheint ja nicht allzu schwer zu sein. Na? Vor allem nicht das Erste. Oh. Huch. Da hab ich mich grad auf das Andere konzentriert. Weil, äh, das scheint sich zu bewegen. Und ja, da muss ich dann halt ein bisschen warten. Oder halt ein bisschen langsamer am Anfang sein. Aber nee, das sind wir ja nicht, ne? Wir sind ja die Besten. Ach, komm. Okay, mehr Geduld. Wär, glaub ich, gar nicht so schlecht. So, aber die Musik ist... ...ziemlich entspannend. Ohne das Ticken im Hintergrund. Sehr schön. Und jetzt... Ey, komm. Ich bin gesprungen, aber wohl zu früh. Dass er das noch als, äh, Flutter-Dingsy angesehen hat. Hier als das. Oh, cool. Ich bin nicht abgekackt. Fuck, jetzt aber. Äh. Mehr Geduld, mehr Geduld. Da meine ich immer, ich wäre so geduldig und alles. Und, bläh, eigentlich gar nicht. Ich will das alles so schnell wie möglich fertig haben, wie es aussieht. Ich meine, das stimmt ja auch, ne? Wenn ich ein anderes Ziel vor Augen habe, dann... ...scheißig auf Geduld. So wie hier zum Beispiel. Hätte ich eigentlich auch warten können. Hätte ich aber auch lassen können. Okay. So, sehr schön. Das war doch einigermaßen leicht, ne? Und jetzt stehe ich bestimmt auf irgendwas, was etwas triggert. Sag ich doch. Irgendwas Böses. Oh nein, was Gutes sogar. Gut, dann haben wir ja schon mal die richtige Reihenfolge gemacht. Wie kommen wir jetzt auf den schnellsten Weg wieder zurück? Äh, mit dem hier? Ah. Okay, gefällt mir. Warte. Wo genau bin ich denn jetzt? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ich hier hin möchte. Okay, da hauen wir jetzt wieder ab. Muss ich diese Großen auch alle besiegen, um irgendwas Tolles zu bekommen? Ich guck mal kurz. Ähm. 3 Cursor-Blöcke, 7 Spellfliegen und... ...halte die 2 Lurker-Gletscher-Truppen auf. Okay, ja, das ist das also. Und wieder... Nein, 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 nicht runter. Ah, okay, es geht hoch. So, jetzt geht's hier durch. So, ich sehe nichts. Sehr schön. Kriege ich jetzt was Tolles? Anscheinend nicht. Nö. Okay, was auch immer die versucht haben freizulegen. Das scheint wohl relativ wichtig gewesen zu sein, wenn ich das dann schützen soll. Aber ich soll hier ja eh alles vor allem schützen, ne? Ich hasse es, dass sie unendlich in diesem hohen Schnee spawnen. Das heißt hoher Schnee, der Tief... Der Schnee ist ja eigentlich tief. Ey, komm! So, davon muss ich es eh jetzt leiden. So. Warte, wenn ich jetzt hier rübergehe, bin ich... Bin ich da an dieser schiefen Wand, wo ich vorhin war? Nee. Alter, ich brauche unbedingt eine Map. Das ist echt unerträglich. Also, soweit ich weiß, gibt's in Jack 3 eine Map. Also, spätestens in Jack 3. Okay, da ist der Mist wieder. Hier komme ich her, genau. Oh, hier gibt's was, wenn ich da hochgehe. Okay, dann gehen wir mal da hoch. So. Safe. Ha. Na? Safe. Uhuhu, das war knapp. Uhuhu, das war knapp. So. Wunderbar, wofür brauche ich hier das rote Echo? Da hinten ist noch eine Spareinheit. So. Warum habe ich Spareinheit gesagt? Komm her! Oh, okay, waren drei. Sehr schön. Damit hätten wir sie alle und den ersten Energie. Die erste Energiezelle hier in diesem Gebiet. Das ist toll. Das heißt, allzu groß kann dieses Gebiet gar nicht sein. Das heißt, das ist schon mal schöner als die Spinnenhöhle. Also, da haben wir ja immer noch nicht alles. Aber hier können wir auch noch nicht alles holen, weil wir noch nicht dieses eine Ding da aktiviert haben. So. Jetzt mal gucken. Kann ich hier runter? Einfach so. Können schon, sollen. Besser nicht. Aber egal, ich mach's trotzdem. Und jetzt wieder Schlittschuh fahren. Wobei, soll ich hier auch runter? Nö. Was ist das Grüne da oben? Komm, wir machen hier jetzt mal so eine uberschnelle Runde. Oh yeah. Geschwindigkeit. Nein, nicht. Geht doch. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Nur, das geht nicht so toll, ne? Genau, hier waren wir ja schon vorher. Hier gibt's irgendwas Tolles bestimmt. Außer den Tolles. So. Perfekt. Fünf von sieben. Oh, hier geht's auch nochmal ran. Ähm. Gibt's aber nichts Besonderes. Ne, hier war ich nämlich schon. Und tschüss. Hui. Oh, überlebt. Sehr schön. Oh. Auch vergessen. Okay, und tschüss. Jetzt wieder Geschwindigkeitswahn. Hui. Ich schreie, ich raue die. Okay, gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier Leckeres? Oh, ich kann mich hier dran noch erinnern. Warum? Warum kann ich mich hier dran erinnern? Das heißt nichts Gutes. Wolland geh ich? Wolland geh ich? Wolland geh ich? Das geht jetzt bestimmt zu. Oh, geh weg. Geh weg. Steh. Ähm. Wolland geht's? Ich hasse tiefen Schnee. Ich hasse tiefen Schnee. Wolland mit zu wenig HP. Ist ja ekelhaft. Äh, da geht's auch. Ach. Ich bin sicher. Ha. Ihr könnt mir gar nichts mehr. So, gibt's denn da irgendwas? Ne. Das wäre richtig wies, wenn die Orbs in diesem tiefen Schnee verstecken würden und man die nicht sehen würde. Okay, hier oben scheint es eine Spähfliege zu geben. Da oben gibt's eine Energiezelle, einfach so auf dem Dach liegend. Ey, komm. Gib mir doch mal großes Grünes. Ähm. Okay, hier komme ich nicht so ohne weiteres rüber. Denke ich einfach mal. Hey, komm. So. Ähm, wenn ich jetzt mit dem hier hier runtergehe, dann bin ich tot. Okay. Ah, okay. Und ich habe leider nur zwei von drei aktiviert. Das heißt, ich muss nochmal kurz hoch und dann nochmal kurz runter. Und dann sieht das auch nach einem Cut aus, ne? Für einen, äh, ja. Session Cut sag ich jetzt einfach mal. Sehr schön. Jetzt haben wir sie alle. Gut, gut. Das wär's dann. Äh, mehr würden wir jetzt, glaube ich, in diesem Part eh nicht mehr schaffen. Aber es sind nur noch 15%. So lange wird das Spiel nicht mehr dauern. Wir haben, glaube ich, mit 79% angefangen. Also 5% alle drei Parts. Das heißt, neun Parts noch. Oh, ich bin gut in Mathe. Gut. Wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis dann. Und ciao. Um, vi geht nach. Ja.